Das Verschwinden von Vaudrey Sir Arthur Vaudrey, in seinem hellgrauen Sommeranzug und auf dem grauen Haupt den weißen Hut, den er sich so kess übergestülpt hatte, schritt rasch die Straße am Fluss entlang, von seinem eigenen Haus zu der kleinen Gruppe Häuser, die fast wie ein Vorwerk seines Hauses wirkte, betrat jenen kleinen Weiler und verschwand dann so vollständig, als hätten ihn Feen von dannen getragen. Dieses Verschwinden erschien ob der Vertrautheit der Örtlichkeit und der äußersten Einfachheit der Begleitumstände umso vollständiger und plötzlicher. Den Weiler konnte man nicht einmal Dorf nennen. In der Tat war er kaum mehr als eine schmale und sonderbar einsame Straße. Er stand inmitten weiter und offener Felder und Fluren, eine bloße Aufreihung jener vier oder fünf Läden, derer die Nachbarschaft unbedingt bedurfte, die wenigen Bauern also und die Familie in dem großen Haus. Da war eine Metzgerei an der Ecke, an der man allem Anschein nach Sir Arthur zum letzten Mal gesehen hatte. Er wurde von zwei jungen Männern gesehen, die sich in seinem Haus aufhielten, Evan Smith, der als sein Sekretär fungierte, und John Delmon, der nach allgemeiner Ansicht mit seinem Mündel verlobt war. Neben der Metzgerei stand ein schmales Geschäft, das in sich eine Vielzahl von Funktionen barg, wie man das auf den Dörfern findet, und in dem eine kleine alte Frau Süßigkeiten verkaufte und Spazierstöcke, Golfbälle und Leim und Schnurrknäuel und eine sehr vergilbte Sorte Briefpapier. Dann folgte der Tabakladen, zu dem sich die beiden jungen Männer gerade begaben, als sie zum letzten Mal einen Blick auf ihren Gastgeber erhaschten, der vor der Metzgerei stand, und dann folgte noch eine schäbige kleine Schneiderei, die zwei Damen betrieben. Ein heller, schimmernder Schuppen, der den Passanten große Gläser einer sehr fahlen, grünen Limonade bot, beendete den Block der Bauten. Denn die einzige wirkliche christliche Kneipe stand für sich allein ein Stück die Hauptstraße hinab. Zwischen diesem Gasthaus und dem Weiler war eine Straßenkreuzung, an der ein Polizist und ein uniformierter Diensthabender eines Motorklubs standen, und beide stimmten überein, dass Sir Arthur jenen Punkt der Straße niemals passiert habe. Es war zu einer frühen Stunde an einem strahlenden Sommertag gewesen, da der alte Herr heiter die Straße hinangeschritten war und dazu seinen Spazierstock schwang und mit seinen gelben Handschuhen flappte. Er hatte viel von einem Dandy an sich, aber von einem der munteren und männlichen Sorte, vor allem für sein Alter. Seine körperliche Stärke und Lebhaftigkeit waren immer noch sehr bemerkenswert, und sein krauses Haar hätte gut von einem Gelb sein können, so fahl, dass es weiß aussah, statt von einem weiß, das ein verblasstes Gelb war. Sein sauber rasiertes Gesicht sah gut aus, mit einer Adlernase wie die des Herzogs von Wellington, doch sein hervorragendstes Merkmal waren seine Augen. Sie waren nicht nur bildlich gesprochen hervorragend, etwas hervorstehendes und fast schon herausgewölbtes an ihnen machte sie vielleicht zur einzigen Unebenmäßigkeit in seinen Zügen, doch waren seine Lippen empfindsam und leicht zusammengepresst, wie durch einen Willensakt. Er war der Grundherr der ganzen Gegend und der Eigentümer des kleinen Weilers. In dieser Art von Orten kennt nicht nur jeder jeden, sondern jeder weiß gewöhnlich auch von jedem, wo er sich zu jedem beliebigen Augenblick befindet. Im üblichen Verlauf der Dinge wäre Sir Arthur ins Dorf gegangen, hätte gesagt, was immer er dem Metzger oder sonst wem hätte sagen wollen und wäre dann wieder zu seinem Haus zurückgeschritten, alles im Lauf von etwa einer halben Stunde, wie die beiden jungen Männer, als sie sich ihre Zigaretten gekauft hatten. Doch sie sahen niemanden auf der Straße zurückkommen und tatsächlich war niemand sonst in Sicht außer dem einzigen anderen Gast im Haus, einem gewissen Dr. Abbott, der seinen breiten Rücken ihnen zugekehrt am Flussufer saß und sehr geduldig angelte. Als alle drei Gäste dann zum Frühstück zusammenkamen, schienen sie wenig oder gar nicht auf die andauernde Abwesenheit des Gutsherrn zu achten. Doch als der Tag fortschritt und er eine Mahlzeit nach der anderen verpasste, begannen sie sich natürlich zu wundern und Sibyl Rye, die Dame des Hauses, begann ernsthaft besorgt zu sein. Forschungsexpeditionen wurden immer und immer wieder ins Dorf entsandt, ohne eine Spur zu entdecken. Und als schließlich die Dunkelheit fiel, war das Haus mit eindeutiger Furcht erfüllt. Sibyl hatte um Father Brown geschickt, der ihr Freund war und ihr in der Vergangenheit aus Schwierigkeiten geholfen hatte. Und unter dem Druck der offenkundigen Gefahr hatte er eingewilligt, im Haus zu bleiben und sich um die Sache zu kümmern. So kam es denn, dass, als des neuen Tages Dämmerung ohne Nachricht anbrach, Father Brown früh auf den Füßen war und nach allem Ausschau hielt. Seine schwarze untersetzte Gestalt konnte gesehen werden, wie sie den Gartenpfad dort entlang stapfte, wo der Garten ans Flussufer stieß und wie er dabei die Landschaft mit seinen kurzsichtigen Augen und seinem eher verschleierten Blick absuchte. Er bemerkte, dass eine andere Gestalt sich noch unruhiger am Ufer entlang bewegte und grüßte Evan Smith, den Sekretär, mit seinem Namen. Evan Smith war ein hochgewachsener, blondhaariger junger Mann, der ziemlich verstört aussah, wie das zu jener Stunde der Verzweiflung vielleicht natürlich war. Doch umgab ihn immer ein Hauch Verstörtheit. Vielleicht fiel das an ihm besonders auf, weil er die Art athletischer Gestalt und Haltung und die Art von Löwenmähne und Schnurrbart in Gelb hatte, die, in Romanen immer und in der Realität manchmal, das offene und ehrliche Verhalten eines englischen Jünglings begleiten. Da sie in diesem Fall tief eingesunkene Augen und einen reichlich sorgenvollen Blick begleiteten, hatte der Gegensatz zu der herkömmlichen hohen Gestalt und dem hellen Haar aus dem Roman fast einen Hauch des Unheimlichen. Doch Father Brown lächelte ihm freundlich zu und sagte dann ernster, »Das ist eine aufreibende Sache.« »Das ist eine sehr aufreibende Sache für Fräulein Rye,« antwortete der junge Mann düster, »und ich sehe nicht ein, warum ich verheimlichen sollte, was für mich das Schlimmste an der Sache ist, selbst wenn sie mit Dalman verlobt ist. »Schockiert, was?« Father Brown sah nicht gerade sehr schockiert aus, aber sein Gesicht war oft ziemlich ausdruckslos. Und sanft sagte er nur, »Natürlich haben wir alle für ihre Ängste Mitgefühl. Ich nehme an, Sie haben in der Sache auch keine Neuigkeiten oder Ansichten.« »Ich habe nicht gerade Neuigkeiten,« antwortete Smith, »zumindest keine Neuigkeiten von draußen. Und was Ansichten angeht.« Und wieder verfiel er in niedergeschlagenes Schweigen. »Es würde mich sehr freuen, Ihre Ansichten zu vernehmen,« sagte der kleine Priester freundlich. »Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich sage, dass Sie etwas auf dem Herzen zu haben scheinen.« Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe »Father Brown – Das Original« von Gilbert Keith Chesterton in der Neuübersetzung von Hans-Willem Haafs, gelesen von Michael Schwarzmeier. Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.fatherbrown.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören! Untertitelung des ZDF für funk, 2017